Verzeihen Sie bitte. Alle auf den Boden. Achtschorn, alle runter auf den Boden. Na los! Ich wünsche noch einen schönen Tag. Wir stehen morgen früh auf und fahren weg. John sagt ja. Okay, okay, ja, ja. An alle Einheiten. Gesucht wird ein schwarzer Cadillac. Die Verdächtigen sind bewaffnet. Ein Cadillac-Mann, hm? Wir brauchen gleich eine Geisel. Highway Patrol ist John Triton. Zwei Officer verletzt, mehrere Flüchtige. Sie haben eine Geisel. Und zwar meine Frau. John Triton. Er ist ein Ex-Marine. Ich hab's überprüft. Würdet ihr bitte diesen Kerl abknallen? Was glaubst du, was sie hier machen? Vorbeischießt. Dieses Jahr kommt ein Mann, der niemals aufgeht. Weißt du, ich hab heute schon zweimal versucht, diesen Kerl zu töten. Er will nicht sterben. John! Das ist passiert. Der Marine ist aufgetaut. Das ist passiert. John! ARD Text im Auftrag von Funk